Hallo meine Freunde bei meiner Runde Betz. Ich bin immer noch am Kämpfen. Jetzt mehr oder weniger versuche ich es irgendwie mal zu kämpfen hier. Weil dieser Affe ja alles nur mit Fahrzeugregende. Ey, das ist so extrem scheiße schnell, Alter. Oh, jetzt ist es schon immer so ab. Ey, ich krieg deine Macke, Mann. Ey, Alter. Ey, das ist ein Dreck, Mann. Ey, wenn du es nicht kontrollieren könntest, ey, diese Scheiß. Oh, ey, und es ist nur so ein Scheiß in dem Spiel, ey. Mann. Ich will nur gut mit Abwechslung, Alter, aber das ist einfach ein Rotz hier, ey. Ich würde hier nicht, ich mit Batman spiele und nicht so ein Scheiß, ey. Mann, bei jeder Klinge ist ein Geckettopp, Alter. Hängt das nicht fest wie sonst was. Und da habe ich schon noch drei Punkte, das muss ich dreimal schaffen. Alter, du hast dich doch gerade gesehen, du Penner. Die haben wir schon nicht geschafft, ey. Kannst du meinen Effekt bloß abwarten, bis er hier vorbeifährt? Wo bist du? Ist er genau da. Ich wusste es, ey. Was ist denn das? Nein, oh, jetzt kommt so ein Scheiß wieder. Ey, das ist doch Kacke hier. Ey, genau an dem Ding, wo ich langfahre, muss das Ding genau drum rum, ey. Es ist doch Scheiße. Oh, Mann. Ich, Alter, ey. Ich habe nicht mal das erste Ding geschafft, ey. Du kannst nicht entkommen. Na, es geht saftig von dir nur noch, Alter, kannst nicht entkommen, ey. Mann, ich will mich gegen die Spurren und nicht hier so eine Scheiße machen. Komm raus, sofort. Ja, dann brauche ich hier auch nicht reinfahren jetzt erst mal. Komm raus. Ey, ich krieg gleich eben zu viel, Alter. Wieso hängt nicht, dass ich an diese Kanten immer so fest, ey. Es ist vorbei. Jetzt hängt er sich mit an diese Kanten fest. Mann. Ey, es ist zum Kotzen, Alter. So hätte es nicht enden sollen, Batman. Ich hatte gehofft, du würdest dich mehr werden. Komm raus. Sofort. Stell dich, Feigling. So verhätst du dich nur. Hab dich. Es gibt kein Entkommen. Stimmt. Und du bist. Du bist. Der ist. Dez. Und du bist. Blaster's Neid Alles ist unter Kontrolle Wir sind fertig, Crane Ich war nie was Wir hatten einen Plan Er wird leiden Er wird sterben Du hängst mich nicht auf Du wirst hier unten sterben Allein im Dreck Du kannst ihn nicht von mir verstecken Stell dich Du kannst mir nicht wehtun Aber ich dir Dann Die Kamera Alter Das ist nicht normal Das ist so sinnlos Du kannst es einfach nicht steuern Die Kamera offen sich Sieh mich an Bitte nicht wovon Bitte nicht Bitte nicht Du kannst nicht entkommen Du kannst nicht entkommen Du kannst nicht entkommen Gib Ausdruck, Herr Ritter Das ist nicht weg Ich weiß aber das ist scheiße klar Ich weiß aber das ist scheiße klar Stille Es gibt keine Du kannst dich nicht weg Ich weiß das bereits Und ich kann nicht mehr länger warten Du kommst hier nicht weg Du kannst dich da unten nicht verstecken. Scheiße. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Stell dich, Feigling. Komm her, Mann. Los. Komm raus. Zeig dich endlich. Wer ist denn da lang? Ich finde dich, Bergman. Wo bist du? Komm raus. Sofort. Verstecken ist nicht mehr. Mann, diese Kamera, ey. Das ist so belastend, Alter. Wieso macht man denn so eine Scheiße? Nichts am Heifel, nicht. Das war's, Batman. Für dich war es das. Du Spast, Alter. Mit deiner Kacke hier. Oh, Gott, ey. Und nun? Ich hab die Türverriegelung, die aktiviert. Die Schlage vor sie gehen jetzt. Oh, Gott, ey. Das ist einfach nicht meine Stärke hier, ey. Einfach nicht meine Stärke, ey. Wahnsinn. So an sich zu spiel, mega geil. Aber das ist einfach nicht mein Ding hier. Okay. Das steht dann schon los, der Scheiße da. Ähm. 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 Du bist alt, vorhersehbar, und hattest nie eine Chance. Hm. So oft bin ich in keinem anderen Bettbespiegel gestorben, ey. Wahnsinn. Oh, komm, ey. Ich hab's geschafft. Ich in die. Oh, nein, mein Bettmobil. Oh. Na toll. Den kann ich nicht mehr machen. Hm, klasse. Tja, ich kann ich wohl nicht mehr mit Bettmobilen rumfahren. Hm, tschau. Oh, tschau. Geil. Er muss ein bisschen immer weiter weg hier. So. 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 Ey. Warum, warum, wenn ich das Drei gedrückt halte, das ist da aber manchmal völlig quasi Quatsch, ey. Ich hatte es doch gedrückt, wie ich's wie em da nicht aus. Jetzt. Hey, wir sind mit dem Ratto rum, wer will nicht wahr sein? So, wo noch einer? Ah ne, doch nicht, scheiße. Hey Gordon!